Hier sind wir im Terminal 2, da fliegt die Air Berlin, die Condor, Deutsche Flughäfen, Sun Express und Germania, die fliegen alle vom Terminal 1. Da muss man dann aufpassen, wenn man hergebracht wird, die sind ja mit 2 Kilometer auseinander und da muss man dann auf jeden Fall mal schauen, dass man am richtigen Terminal kommt. Hier gibt es auch was zu essen, was zu trinken, wenn auch jemand irgendwo hat. Hier geht es hoch durch die Hasskundhalle und das ist jetzt unser letztes Video. Hubert und Matthias sagen Tschüss, wir wünschen euch viel Spaß mit unseren Videos. Unten auf die Felste drücken und dann seht ihr auch alle weiteren Videos von uns. Bis dann, ciao!